Hi, heute wieder hier beim Timo Boll Webcoach. WM Special, dritter Tag heute. Heute ging es so richtig los. Erstes Spiel gehabt gegen Ägypten und ich habe schon so ein bisschen vor dem Gegner gewarnt gehabt in der Pressekonferenz. Wir haben ja auch das letzte Spiel gegen die verloren und wird auch gerne mal leicht unterschätzt und es hat sich bewahrheitet. Es war ein schwerer Gang heute. Gerade Omar Assar hat verdammt gut gespielt, hat mir auch eine Niederlage zugefügt und ja gerade über das Spiel möchte ich ja so ein bisschen berichten.